Die Hackergruppe Anonymous behauptet, die Webseite des Berufungsgerichts von San Francisco lahmgelegt zu haben. Sie haben die Server des US-Senats und von H.P. Gary blockiert. Der Schaden bei Sony beträgt 150 Millionen Dollar. Die Hacker könnten unzählige vertrauliche Dokumente in Umlauf gebracht haben. Visa, Mastercard, Paypal. Kriminelle haben Sarah Palins E-Mail-Account geknackt. Scientology bezeichnet Anonymous als Cyberterroristen und religiöse Fanatiker. Anonymous und eine Gruppe namens Lulzak wollen anscheinend etwas beweisen. Anonymous war ein dicker Junge ohne Selbstvertrauen, der jemanden eins in die Fresse haut und merkt, wow, ich bin echt stark. Anonymous hat Anonymous Endgegner des Internets genannt. Das passte. Wer die Freiheit des Internets einschränkt, sollte sich warm anziehen. Sie sind die Halbstarken des Aktivismus. Sie haben eine aggressive Seite. Deshalb provozieren sie auch gleichzeitig so viel Liebe und Hass. Sie stehen für eine chaotische Freiheit. Namen und gesichtslose junge Leute nehmen auf einmal Einfluss auf die globale Politik. Das ist ermutigend und beängstigend zugleich. Es kommt darauf an, wie diese Macht eingesetzt wird. Wir sind viele. Wir vergessen nichts. Rechnet mit uns. Wir kämpfen für die Freiheit und die Meinungsfreiheit. Und für das Recht, die Regierung zu kritisieren und Missstände anzuprangern. Wir kämpfen gegen Zensur, vor allem im Netz, aber auch im realen Leben. Unsere Mitglieder kommen aus allen Gesellschaftsschichten und aus aller Welt. Und wir haben keine Anführer. Wir sprechen mit einer Stimme. Deshalb haben wir auch keine Gesichter und keine Namen. Wir halten als Gruppe zusammen. Gutes Timing. Ich würde gerne in einem Land leben, wo die Regierung ihre Bürger fürchtet und nicht andersherum. Doch im Moment müssen sich viele Anonymous-Aktivisten wegen staatlicher Repressionen verstecken. Ich bin schon oft beschimpft worden, dass wir unpatriotisch sind. Und ein Haufen Kinder, die im Keller ihrer Eltern sitzen. Man hat uns Terroristen-Sympathisanten genannt. Kinder, Cybermobber, Hooligans. Manchmal trifft das sogar zu. Aber wir sind auch eine ernste politische Bewegung. Die Öffentlichkeit versteht es nicht. Die Kraft von Anonymous kommt aus der Fähigkeit, jeder und alles zu sein. Anonymous ist ein Netzwerk. Es versammelt viele hunderte Leute mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten und Zielen, die in ständig wechselnden Formationen zusammenarbeiten. Anonymous ist wie ein Prisma oder ein Kaleidoskop mit vielen verschiedenen Facetten. Wenn man sich länger mit ihnen beschäftigt, bekommt man ein Gefühl für die Beschaffenheit. Es ist kein zufälliges Gebilde, nur sehr facettenreich und vielschichtig. Die Spanne reicht von lockeren Typen bis zu sehr ernsten Leuten. In einem Song von Bob Dylan heißt es, wer außerhalb des Gesetzes steht, muss ehrlich sein. Sie tun Dinge, die nicht ganz legal sind. Aber sie machen es, zumindest in ihrem Verständnis, aus moralischen Motiven. Sie wissen, was sie tun. Sie haben die gleichen Werte und wollen die Mächtigen bloßstellen und demütigen. Ihre Toleranz gegenüber Lügen ist sehr gering. Genauso wie gegenüber allem, was sie als das böse und übergriffige Machtsystem betrachten. Sie tauschen Wissen und Technik aus und haben gerade viel Spaß. Die Hacker-Kultur, wie wir sie heute kennen, ist am MIT im Kreis des Modelleisenbahnclubs Tech Model Railroad Club entstanden. Hacking war zuerst eine Art, Streiche zu spielen. Die Studenten zogen ein Auto aufs Gebäudedach, das dann am nächsten Tag von verdutzten Leuten entdeckt wurde. Oder sie vermassen eine Brücke mit der Körperlänge von jemandem, der Brian hieß. Die Brücke war dann 882 Bryans. Aus solchen Späßen entstand das Hacking. Ingenieure und Computerspezialisten setzten das später auf kreative Weise fort. Ich heiße Chris Y. Sopel und war früher Mitglied von LOFT. Wir selbst nannten uns nicht Hacker, sondern Hacker Think Tank. Der Begriff Hacktivismus stammt von der Hacker-Gruppe Cult of the Death Cow. Sie war sowas wie eine Propaganda-Organisation. Sie hatten auch einen Propaganda-Minister. Sie erinnerten an die Mary Pranksters und waren total extrem. Hacktivismus sollte ihre Art von Aktionen beschreiben. Sie schrieben zum Beispiel ein Computerprogramm, mit dem Menschen, die in ihren Ländern überwacht wurden, ungestört kommunizieren konnten. Sie kämpften für Meinungsfreiheit und das Recht auf freie Kommunikation durch Internetzugang für alle. Vor allem in Diktaturen, wo man einkassiert und mundtot gemacht wurde, wenn man etwas gegen die Regierung sagte. Auch früher war die Bandbreite an Protestaktionen groß. Sie reichte von Sitzstreiks, Mahnwachen, Tree-Spiking bis hin zu Sabotage-Aktionen, in denen man Sand in die Motoren von Baufahrzeugen streute. Auch das gehört zum Hacktivismus. Hacktivismus ist oft anarchistisch angehaucht. Er widersetzt sich den Autoritäten, die den Menschen bestimmte Denk- und Verhaltensmuster aufzwingen wollen. So versuchen die Mächtigen, sich die digitale Revolution zunutze zu machen. Viele Hacker setzen sich für Gerechtigkeit ein und weisen auf Missstände hin. So wie Don Quixote auf seinem alten Gaul kämpfen sie gegen die Windmühlen der modernen Welt. Anonymous ist auf 4chan entstanden. 4chan ist eine Website, auf der man Bilder hochladen kann, ohne sich namentlich anmelden zu müssen. Man bleibt anonym. 4chan sieht altmodisch aus, so als wäre es eine Webseite von 1995. Die Idee ist einfach. Man postet ein Bild mit einem Kommentar. Entweder unter seinem Namen oder anonym. Es gibt verschiedene Boards. Zum Thema Anime oder Waffen. Ein Board widmet sich Origami. Da lädt man Origami-Bilder hoch. Und dann gibt es die B-Board-Gruppe. Hier darf man alles posten. Die erste Reaktion auf B ist Abscheu. Man sieht da ständig gruselige Sachen. Viele schreckt das ab. Es sollen Bilder sein, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Viele der Bilder sollen die Leute dazu bringen, die Seite nie wieder zu besuchen. Auf 4chan sieht man, was passiert, wenn die Leute sich frei und ohne Einschränkung ausdrücken dürfen. Es ist die Gesamtheit menschlicher Fantasien, die sichtbar wird, wenn Menschen sich ohne Begrenzung und Vorgaben austauschen können. Es ist das widerlichste und lustigste, was es im Internet gibt. Wer bei 4chan einen Thread aufmacht, will, dass er abgeht und möglichst lange am Leben bleibt. Ansonsten verschwindet er, weil auf der Seite nichts archiviert wird. Das schreit nach Sachen, die Aufmerksamkeit erregen. Alles, was lustig und schräg ist, eignet sich besonders gut. Am besten nennt er mich Anonymous, weil ich gesucht werde. 4chan ist meine Seite. Damit bin ich groß geworden. Ich habe da gewohnt. Ich hatte viel Spaß da. Man muss aber ziemlich dickhäutig sein. Wenn man sich nicht abschrecken lässt, findet man auf 4chan coole und kreative Sachen. Das Spannendste ist mitzuerleben, wie sich Meme entwickeln. Irgendwas wird gepostet und eine Woche später gibt es 50.000 Antworten. Ein Meme ist im Prinzip eine Idee. Ein Gen im Reich der Ideen. Ein bekanntes und beliebtes Internetphänomen sind die LOLcats. Lustige Bilder von Katzen mit Sprüchen wie Ich haben kann Cheeseburger. Das B-Board auf 4chan ist die Petri-Schale für solche Sachen. Nennt mir irgendein Meme aus den letzten sechs Jahren. Ich wette, dass es zuerst auf 4chan gepostet oder da zum ersten Mal verändert wurde. Essenstechnisch ist die Lage beschissen, also weg hier. 4chan ist der optimale Nährboden für die Internetkultur. Auf 4chan wird auch gerne getrollt. Trollen ist eine Kunst. Beim Trollen versucht man, den anderen maximal zu provozieren. Einfach so, ohne Grund, nur weil es Spaß macht. Vielleicht vertritt man auch eine Meinung, aber eigentlich macht man es aus Spaß. Sie finden es lustig, dass andere Leute das Internet so ernst nehmen. Dann ist es die Aufgabe des Trolls, ihnen den Tag zu vermiesen. Die Idee zu Anonymous entstand aus einem Witz. Jemand fragte, was wäre, wenn sich hinter 4chan und B nur eine einzige Person verbirgt. Ein Typ namens Anonymous, der all diese Sachen postet. Von außen wirkte es auch so. Woher sollte man das genau wissen? Könnte ja sein. Fox News brachte was über Anonymous. Sie nennen sich Anonymous und sind Hacker auf Steroiden. Das Internet ist für sie ein Online-Spiel. Sie blockieren Webseiten, hacken MySpace-Accounts und verfolgen Unschuldige. Wer sich wehrt, sollte aufpassen. Zerstörung. Tod. Angriff. Damit droht die Hacker-Gang Anonymous. Sie haben meine Passwörter geklaut. Anonymous hackte seine Seite und postete schwule Sexfotos. Seine Freundin verließ ihn. Sie dachte, ich betrüge sie mit Typen. Anonymous hat schon immer ziemlich kranke Sachen gemacht, um die Lacher auf ihrer Seite zu haben. Das gehört einfach zu dieser Kultur. Dafür bekommt man Lols. Lols ist ein verändertes Lol, eine Abkürzung für lautes Lachen. Anonymous bekommt viele Lols für ihre wahllosen Streiche. Zum Beispiel das Veralbern des Kinder-Online-Spiels Habbo Hotel. Habbo Hotel war ein Online-Community-Spiel, in dem man als Avatar rumläuft und chattet. Eine frühe Version virtueller Welten wie World of Warcraft oder Second Life. Die Leute von B drangen in das Spiel ein und machten sich tausende Avatare. Sie sahen alle gleich aus. Schwarze Typen mit schwarzen Anzügen und Afros. In der Habbo-Welt liefen auf einmal tausende dieser Schwarzen mit Anzug und Afro rum und machten Sachen wie, sich in Form eines Hakenkreuzes aufzustellen. Das war ein echter Meilenstein. Sie begriffen, dass sie als Gruppe interessante und verstörende Sachen machen konnten. Wir blockierten auch den Zugang zum Swimmingpool. Die waren total genervt. Das war einfach super. Total genial. Gute alte Zeiten. Die Kids liebten ihren Pool über alles. Es ging darum, die Leute zu ärgern. Dass wir sie so wütend machen konnten, indem wir mit einer Figur auf dem Bildschirm rumliefen, wirkt auf uns total bekloppt. Über so etwas regt ihr euch auf? Kümmert euch mehr um euer Leben und ärgert euch nicht über sowas. Es ist ein Merkmal von Online-Gruppen und Webseiten wie 4chan, dass sich um sie herum Gemeinschaften bilden, in denen die Leute soziale Kontakte haben, Freunde treffen und kreativ sein können. Das alles spielte auch bei Anonymous eine Rolle. Das Gefühl, Teil einer größeren Gruppe zu sein, in der man sich austauschen kann. Es gab bestimmte Wörter, Sätze, Bilder und Arten zu antworten, die ein Muster bildeten. Und dieses Muster war der Ursprung von Anonymous. Sie sind wie Freimaurer mit Sinn für Humor und eigener Symbolik. Es gab ihnen ein gutes Gefühl, wenn sie sich um Weht von Macht und Geheimnis an diesen Symbolen und Sätzen wiedererkannten. Zum Beispiel Over 9000. It's over 9000! iPod oder Mudkips. Daraus entwickelte sich diese schräge internationale Kultur mit Menschen aus aller Welt. Gegen Ende 2006, Anfang 2007 veränderte sich etwas. Anstatt einfach nur Sachen zu posten und auf irgendwelchen Webseiten gemeine Kommentare zu hinterlassen, wurden die Aktionen organisierter. Sie attackierten Hal Turner. Ich werde diskriminiert, weil ich weiß bin. Hal Turner war ein Neonazi, der online agierte und ein Podcast betrieb. Der 14. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung wurde nicht korrekt ratifiziert. Deshalb dürfen Neger in den USA immer noch versklavt werden. Ich hörte zum ersten Mal von Hal Turner, als er einen User von 4chan anmachte. Es gibt tausende Neonazis. Aber wenn ein Kumpel von uns angemacht wird, verteidigen wir ihn. Erst dann fanden wir raus, dass Turner ein Neonazi war. Ein noch gewichtigerer Grund, als nur ein Arschloch zu sein. Von wo rufen Sie an? Er war einer dieser ätzenden, rassistischen Radioleute. Aber er konnte gut damit umgehen, dass Anonymous ihn anrief und beschimpfte. Das machte die Geschichte interessanter und zu einer Herausforderung. Er klappte nicht gleich zusammen und legte auch nicht auf, sondern brüllte zurück. Hal Turner war nicht die erste reale Person, die mit Anonymous Ärger bekam. Doch die Geschichte lief weiter. Sie blockierten seine Webseite. Das kostete ihn einige tausend Dollar für Nutzungsgebühren. Denial-of-Service gibt es schon sehr lange. Es ist so, als würde man den Busverkehr blockieren. Man ruft tausend Leute zusammen, die sich in die Warteschlange zum Bus stellen. Dann können die, die wirklich mitfahren wollen, nicht mehr einsteigen. Es ist eigentlich ganz einfach. Und wenn man die Website wieder verlässt, funktioniert sie wieder normal. Zuerst haben wir seine Seite blockiert. Dann haben wir ihn im realen Leben getrollt. Wir bestellten ihm unzählige Pizzen und über Kleinanzeigen Seiten Begleitpersonen. Er bekam Paletten mit Baumaterial geliefert, die er bezahlen musste. Wir zerstörten die Finanzgrundlage seiner Radiosendung. Dadurch verschwand er aus dem Internet. Dann bekamen sie noch Hilfe von richtigen Hackern. Die hackten sich in Hal Turners Server und in seinen E-Mail-Account. Dabei entdeckten sie, dass er ein FBI-Informant war. Keine gute Sache für einen Neonazi. Die Enthüllung als FBI-Informant und auch seine Weichei-Reaktion auf den Angriff beschädigten seinen Ruf in der rechten Szene. Dumm gelaufen. Hal Turner war weg vom Fenster und wurde angeklagt, Richter bedroht zu haben. Doch dann kippte die Stimmung bei Anonymous. Viele waren verwirrt oder wütend. Die ursprünglichen Mitglieder wollten, dass Anonymous eine kleine nihilistische Gruppe bleibt. Bisher galt sie als das Schlimmste im Internet. Jetzt wurde sie zu ihrem Ärger eine Kraft des Guten. Ich heiße Mike Vitale, alias Sethdude. Im Januar 2008 ist Anonymous bereits mächtig und keine unbedeutende Minigruppe mehr. Zu ihr gehören mittlerweile Millionen Leute weltweit. Und dann bot sich Scientology als Ziel an. Ein Video mit Tom Cruise tauchte auf, das eigentlich für den internen Gebrauch bestimmt war und Geheimnisse von Scientology verriet. Als Scientologe würde man an einem Unfall nicht einfach vorbeifahren. Man weiß, dass man der Einzige ist, der helfen kann. Er sagte, nur Scientologen sind imstande, das Böse zu verhindern. Darüber machte man sich im Netz lustig. Es verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Scientology berief sich auf den Digital Millennium Copyright Act. Ein Gesetz zum Schutz der Eigentumsrechte. Damit kann man Webseiten dazu zwingen, illegal hochgeladene Inhalte wieder zu entfernen. Scientology stand schon immer mit dem Internet auf Kriegsfuß. Leute, die ihn ans Bein pisten, versuchten sie juristisch zum Schweigen zu bringen. Und jetzt versuchten sie es wieder. Als Anonymous das merkte, war die Reaktion, jetzt baut ihr aber richtig scheiße. Ihr wollt unser Internet zensieren? Und Anonymous den Spaß verderben? Keine Chance. Ein paar Leute schrieben auf 4chan, lasst uns das Video auf anderen Seiten posten. Was dann passierte, nennt man den Streisand-Effekt. Durch den Versuch, das Video zu unterdrücken, tauchte es überall auf. Wo man auch hinging, man stieß darauf. Gorka, die Webseite, für die ich arbeite, stellte das Video als erstes ins Netz. Scientology wollte uns mit rechtlichen Schritten dazu zwingen, es zu entfernen. Unsere Kanzlei vertritt Scientology. Gorka und die Famer zeigen eine Kopie des Videos auf Gorkas Website. Das verstößt gegen mehrere Gesetze, da das Video gestohlen wurde. Scientology ist der ideale Gegner, weil sie das genaue Gegenteil von dem verkörpern, was Computerfreaks und Hacker schätzen. Und das auf verschiedenen Ebenen. Science-Fiction, geistiges Eigentum, Meinungsfreiheit, Wissenschaft und Technologie. Scientology ist sehr eigentumsorientiert und abgeschottet. Gäbe es eine Maschine, die die Eigenschaften einer kulturellen Gruppe umdreht, würde bei Computer-Nerds und Hackern Scientology rauskommen. Deshalb machte es ihnen besonders Spaß, den perfekten Ernstfeind anzugreifen. Leute, die wussten, was Anonymous plante, meinten, ein Krieg zwischen Anonymous und Scientology? Das wird spannend. Das sind zwei sehr extreme Gruppen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie eigenwillig und sonderbar Anonymous ist. Die Sachen, die wir mögen, sind schräg und weit entfernt vom Massengeschmack. Und auf der anderen Seite stand Scientology. Die waren genauso schräg und verrückt. Leute von außerhalb dachten, lass die beiden Gestörten doch gegeneinander kämpfen. Sie werden sich lächerlich machen und Schaden zufügen. Das wird krass. Dann legten die Leute von 4chan richtig los. Sie fingen an, Scientology zu trollen. Sie veräppelten die Dianetik-Hotline und bestellten Pizza. Ich versuchte da anzurufen. Es war ständig besetzt. Und das auf ihrer zentralen Hotline. Man kam nicht mehr durch, weil die Annons sie blockierten. Die erzählten da irgendwelchen Quatsch, um die Leitung zu besetzen. Was ist ein Elrond? Wie kann ich mein Gesicht dianitisieren? Auf sowas waren die nicht vorbereitet. Ich heiße Brian Mettenbrink. Ich war mir zufällig auf der 4chan-Seite. Dort sah ich einen Post zu Scientology und dachte, das ist für eine gute Sache. Da mache ich mit. Mitglieder von Anonymous hatten eine Software, für die die OS-Angriffe entwickelt, die sie Low Orbit Ion Cannon nannten. Der Name stammt aus einem Computerspiel. Low Orbit Ion Cannon hieß eine Endkampfwaffe in dem Spiel Alarmstufe Rot. Bei dem Programm musste man einfach nur den Anweisungen folgen. Man geht auf die Seite, überprüft die IP, kontrolliert die Einstellungen, drückt auf Enter und ab geht's. Das Programm fordert eine Website auf, in diesem Fall Scientology.org, ihren Seiteninhalt zu schicken. Ich habe das 800.000 Mal an einem Wochenende gemacht. Das reichte, um sie ein paar Mal lahmzulegen. Ich hatte das Gefühl, etwas zu bewegen, ohne dass ich dafür vor die Tür gehen musste. Jemand meinte, wir sollten ein Video machen. Hallo, Leiter von Scientology. Wir sind Anonymous. Das Video erschien am 21. Januar 2008 im Netz. Es war das erste Mal, dass Anonymous sich selbst als Bewegung bezeichnete. Es veränderte alles. Wir sind Anonymous. Wir sind viele. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Rechnet mit uns. Es wirkte wie ein Computer, der dir sagt, dass er dich fertig macht. Das Video verdichtete diesen innovativen Moment. Dieses Video markiert die Geburtsstunde des Internetaktivismus. Man einigte sich darauf, anzugreifen. Wir schrieben einen Verhaltenskodex. Keine Waffen, passende Kleidung. Vermummt euch. Sie werden versuchen, euch zu identifizieren, um euch fertig zu machen. Regel 17. Vermummt euch. Das verhindert die Identifizierung durch feindliche Videoaufnahmen. Scientology war bekannt dafür, Kritiker zu bedrohen und zu verfolgen. Deshalb mussten die Leute ihre Identität schützen. Die Ängste waren berechtigt. Niemand wollte verfolgt werden oder sich und seine Familie in Gefahr bringen. Man war sich schnell einig. Wir tragen eine Maske. Die einzige Maske, die alle kannten, war die Guy-Fawkes-Maske aus V wie Vendetta. In der Schlussszene tragen alle diese Maske. Sie repräsentiert sehr gut das Selbstverständnis von Anonymous. Wir wollten bei dem Schritt in die reale Welt weiter anonym bleiben. Deshalb war es total naheliegend, die Guy-Fawkes-Maske zu tragen. Die Message dahinter war, keiner ist so gemein wie wir zusammen. Diese riesige Gruppe, Anonymer, wird etwas Größeres angreifen und gewinnen. Das Video war zwar toll, aber viele fragten sich, wer macht mit? Gehen die wirklich auf die Straße? Diese Zweifel kamen durch das Vorurteil, dass Internet-Nerds zu viel Schiss haben, um Mammis Haus zu verlassen. Niemand glaubte daran. Ich bin auf dem Weg. Ich habe kaum geschlafen und bin total müde. Ich ging in den Park. Es war noch früh am Morgen. Eine bekloppte Idee. Ich rauchte eine Zigarette, sah mich um und dachte, wo sind die Leute? Ich sitze im Bryant-Park und warte auf die anderen Annons. Ich dachte, scheiße, bin ich der Einzige hier im Park? Laufe ich gleich mit sechs anderen zur Scientology? Dann macht das Ganze keinen Sinn. So können sie mich herausgreifen. Dann bin ich etwas rumgelaufen und sah viele grüne Luftballons. Sie waren auf der anderen Seite des Parks. Da standen 200 Leute. Und überall waren Guy-Fawkes-Masken. Ich dachte, das wird riesig. Hier sind verdammt viele. Super. Das habe ich erst gemerkt, als wir losgegangen sind. Und es wurden immer mehr. Wir gingen über den Times Square. Jeder auf dem Platz war ein Annon. Hier laufen normalerweise pro Minute tausend Leute drüber. Und wo ich hinsah, alles voll mit Annons. Das war total abgefahren. Das war wirklich hochwertig. Drink der Kool-Aid! Don't drink the Kool-Aid! Don't drink the Kool-Aid! Don't drink the Kool-Aid! We're getting all over! We're getting all over! Wir greifen an. Dann kamen die ersten Zahlen. In Sydney hatten wir mit 50 Leuten gerechnet. Doch schon vor 10 waren es 50 und es kamen immer mehr. Ein paar Stunden später, ich war nicht vor eins im Bett, waren es in Sydney 250 Leute. Die Schätzung der Polizei lag noch höher. Was ging da ab? Auch in Adelaide, Perth und Melbourne kamen mehr als 200. In Australien waren es insgesamt um die 1000. Dann ging es in Tel Aviv weiter. Dort war gerade die erste Scientology-Filiale eröffnet worden. Es kamen Palästinenser und Israelis, beide mit ihren Flaggen. Irgendwann tauschten sie sie untereinander aus. Das war toll. Ich rief unseren Mann in London an. Er fragte, bist du gerade erst aufgestanden? Ich sagte, ich habe noch nicht mal den Rechner angemacht. Er meinte, hier sind 600 Leute. Die Bullen sind echt wütend auf mich. In allen Großstädten waren mehrere hundert auf den Straßen. In Clearwater waren es 300. Ganz vorne war Los Angeles mit über 1000. Das war etwas ganz Neues. In den Städten schwärmten die Leute zu Hunderten durch die Straßen. Es war überwältigend und auf eine gute Weise beängstigend. Am Ende waren es fast 10.000. Wir hatten diesen Meme-Witz mit den über 9.000. Es war echt surreal. Unglaublich. Wer seid ihr? Wir sind Anonymous. Dass so viele mitmachten, gab uns Selbstvertrauen. Uns gehörte die Welt. Plötzlich traf man sich. Anonymous sind eigentlich allein und gehen auf 4chan, um dort Gleichgesinnte zu treffen. Und auf einmal waren sie nicht mehr allein, sondern zusammen mit 500 anderen, die die gleichen Witze rissen und offensichtlich ähnliche Interessen haben. Das ist deine Kultur. Endlich triffst du deine eigenen Leute. Es überrascht vielleicht, aber es waren nicht nur Jugendliche. Und das Verhältnis von Männern und Frauen war auch ausgeglichener als erwartet. Natürlich waren da auch ein paar schräge, leicht asoziale Typen dabei, die mit 23 noch bei Mama wohnten und Jungfrau waren. Die Zahl derjenigen, die bei den Demos flachgelegt wurden, geht in die Tausende. Bei denen wäre sonst noch lange nichts gelaufen. Darum waren diese Demos so wichtig. Man konnte endlich andere Leute treffen, die man vorher nicht kannte, weil sie anonym waren. Es war das Ende der Anonymität. Scientology schlug zurück. Sie posteten Sachen im Netz. Sie behaupten, friedlich zu sein. Doch in weniger als drei Wochen machten Anonymous-Mitglieder 8139 belästigende Anrufe und Drohanrufe. Sie verschickten 3,6 Millionen bösartige E-Mails. Und attackierten 141 Millionen Mal die Scientology-Website. Es gab 10 Fälle von Sachbeschädigung, 22 Bombendrohungen und 8 Todesdrohungen gegen Mitglieder und Repräsentanten von Scientology. Sie engagierten Detektive, um mich zu finden. Sie machten Fotos von uns und drohten mit Anzeigen. Nachdem ich die Aktion mit der Low Orbit Iron Cannon gemacht hatte, habe ich mich erst mal wieder um meine eigenen Sachen gekümmert. Sechs Monate später stand das FBI vor der Tür meiner Eltern. Zwei Männer stiegen aus dem Auto, zogen ihre Knarren, zogen die Jacken aus, legten ihre Waffen auf den Vordersitz und fragten, ob Brian zu Hause sei. Sie sagten, sie wären vom FBI und würden ihn suchen. Ich hatte noch nie solche Angst. Scientology behauptete, ich hätte den zweitgrößten Schaden angerichtet. Ich bekam die Höchststrafe. Ein Jahr Gefängnis und ein Jahr Aufbewährung mit Auflagen. Nach allem, was ich darüber weiß, war die Strafe total unverhältnismäßig. Es war lächerlich. Vor allem, dass ich während der Bewährung ein Jahr lang keinen Computer anfassen durfte. Keine Ahnung, was das bringen soll, außer mein Leben zu verkomplizieren. Wenn ich den Computer dahinten berührt hätte, wäre ich wieder im Gefängnis gelandet. Ich bin stolz auf ihn, weil er aus Überzeugung gehandelt hat. Ich würde nie jemandem Schaden zufügen. So bin ich nicht. Bevor Anonymous Scientology angegriffen hatte, mussten Kritiker sehr vorsichtig sein. Sie gingen mit aggressiven Klagen gegen Wissenschaftler und Journalisten vor. Das haben wir vor allem Anonymous zu verdanken. Die Aktion spaltete Anonymous. Eine große und einflussreiche Gruppe meinte, die Genology-Geschichte ist wie Krebs. Wir bekommen Aufmerksamkeit, die wir gar nicht wollen. Jemand brachte es auf den Punkt. Es gibt keinen Anführer. Aber jede Aktion hat temporäre Anführer. Wie in einer Meritokratie ist der Anteil respektierter Mitglieder größer. Manche nehmen nur an einer Aktion teil, weil sie mit einem bestimmten politischen Protest sympathisierten und verschwinden dann wieder. Man kann es mit einem Vogelschwarm vergleichen. Alle fliegen ruhig. Dann ändert ein Vogel plötzlich die Richtung und die Masse folgt ihm. Es ist völlig okay, wenn jemand nicht mitmachen will. Als Genology auf Hochtouren lief, war Anonymous wie ein Kind, das zum ersten Mal seine Kraft bemerkte. Hätte man mich zwischen 2008 und 2009 gefragt, ob die politische Ausrichtung von Anonymous mit Scientology verbunden sein wird, hätte ich ja gesagt. Doch diese Verbindung löste sich 2010 mit der Geburt eines anderen politischen Flügels. Es ist unsere Aufgabe, geheime, schädliche Pläne aufzuspüren und sie an die Öffentlichkeit zu bringen, wo man sie abwehren kann, bevor sie umgesetzt werden. Ein interessanter Aspekt bei Assange ist, dass auch er aus der Hacker-Szene kommt. Zu deren Grundprinzipien gehört es, Informationen verbreiten zu wollen. Julian hieß Mendax. Als Jugendlicher war er für mich der größte Hacker der Welt. Man erzählte, er könne sich bei der NASA einhacken und ihre Satelliten steuern. Vielleicht war das nur ein Gerücht, aber es brachte damals Kids wie mich dazu, einen Computer an ein Modem anzuschließen, weil wir auch Satelliten steuern wollten. WikiLeaks ist praktizierter Hacker-Ethos. Die Wahrheit will frei sein und wir befreien sie. WikiLeaks veröffentlichte unzählige Diplomaten-Depassion. Dafür wurden sie von vielen Seiten kritisiert. WikiLeaks veröffentlichte heute knapp 400.000 geheime US-Dokumente aus dem Irakkrieg. Es ist die bisher umfangreichste Veröffentlichung von Geheimdokumenten. Ein bestimmtes Ereignis war der Funke, der das Feuer entzündete. PayPal, Mastercard und Amazon sperrten für WikiLeaks ihre Dienste. Spenden an WikiLeaks wurden nicht mehr überwiesen. Anonymous fand heraus, dass Visa, Mastercard und PayPal aber kein Problem damit hatten, Spenden an Neonazi-Gruppen weiterzuleiten. Nur WikiLeaks ging nicht. Die Aktion von WikiLeaks war gut. Was für eine Heuchelei. Mit ihrer Bankmafia wollten sie sich jetzt an WikiLeaks rächen. Die Leute waren wütend und total aufgebracht. Anonymous blockierte PayPal. Sie waren sauer. Die Zahl der Beteiligten war riesig. Ihnen gelang es, die Seiten von Mastercard und PayPal für ein paar Tage zu blockieren. Das war toll. Endlich kämpften die Leute für etwas. Ich heiße Pete Fein. Man kann mich Cybernaut oder Hacktivist nennen. Telecomics ist ein dezentrales Netzwerk von Internetaktivisten, die in den letzten Jahren versucht haben, im Nahen Osten das Internet am Laufen zu halten. Nach Beginn der ägyptischen Revolution haben wir den Menschen beim Twittern geholfen. Ägypter, die selbst keinen Zugang zu Twitter hatten, haben wir mit unserem IRC-System verbunden. Die Berichte, die sie uns schickten, haben wir dann über unseren Account getwittert, um andere über ihre Erlebnisse zu informieren. Viele der Geschichten waren sehr persönlich. Der ägyptische Freiheitskampf hat uns emotional echt fertig gemacht. Über die Live-Feeds, die wir mit aufgebaut hatten, sahen wir, wie Ägypter mit Maschinengewehren niedergemetzelt wurden. Ich hatte noch bei keiner Internetaktion geweint. Nichts hat mich je so berührt, wie die Ereignisse in Ägypten. Zwischen dem 27. und 28. Januar sperrte die ägyptische Regierung dann das gesamte Internet. Im ganzen Land. Es gibt diese beeindruckende Grafik über den ägyptischen Internetverkehr. Die sah so aus. Wir dachten, was soll das? Dass ich ein ganzes Land komplett von der Außenwelt abschnitt, war der Wahnsinn. In der Dunkelheit passieren üble Dinge. Sowas provoziert Aufstände. Als Mubarak das machte, hat er die Leute bei uns und im Nahen Osten extrem verärgert. Ich versuchte, mich in ihre Situation zu versetzen. Man befindet sich in einer totalen Leere, weil er alles auslöschte, was die eigene Welt ausgemacht hat. Uns wurde klar, dass so etwas überall, zu jeder Zeit und unter jeder Regierung passieren kann. Anonymous und andere Leute im Internet wehrten sich und sagten, fickt euch. Ihr wollt das Internet sperren? Bitteschön. Wir zeigen den Leuten, wie sie wieder reinkommen. Freunde von mir halfen bei der Verschlüsselung und Validierung von SSL-Keys und Zertifikaten. Sie zeigten den Leuten, wie sie das System unterwandern und wieder frei sein konnten. Dann hat Telekomics W-Verbindungen getwittert. Das Hilfspaket für Ägypten enthielt Informationen zu Amateurfunk und W-Modem-Verbindungen. Insgesamt haben wir geholfen, 500 W-Modem-Verbindungen aufzubauen. Wir haben auch erste Hilfetipps bei Tränengasangriffen und andere medizinische Infos gesammelt und ins Arabische übersetzen lassen. Die haben wir dann in einer PDF-Datei zusammengefasst und rübergefaxt. Hosni Mubarak ist von seinem Amt als Präsident zurückgetreten. Sein Rücktritt war ein großer Moment. Wenn Menschen sich erheben, können sie die Welt verändern. Für viele Amerikaner war es das erste Mal, dass sie miterlebten, wie ein Volk aufstand und die Regierung stürzte, weil es die Unterdrückung leid war und nicht mehr geknechtet werden wollte. Manche Ägypter haben sich bei uns bedankt. Ich sagte zu ihnen, helft uns, wenn es bei uns schlecht läuft. Internet, Facebook und Twitter haben bei der Revolution geholfen, sie aber nicht verursachen. Verantwortlich für den arabischen Frühling waren 50 Jahre Diktatur. Aber das Internet war sicher eine Hilfe. Die Revolution war großartig. Für sie hatten wir gekämpft. Aber mir war klar, dass die Sache damit noch nicht zu Ende war. Jetzt war nicht auf einmal alles bunt und voller Regenbogenkatzen. Wir mussten jetzt noch mehr aufpassen. Am 5. Februar 2011 erschien in der Financial Times ein Interview mit einem gewissen Aaron Barr, Chef der Sicherheitsfirma H.B. Gary Federal. Daran erzählt Barr dem Financial Times-Journalisten, dass er versteckt die Aktivitäten auf den Anonymous-Servern beobachtet hatte. Er behauptete, dass er mit seinen selbst entwickelten Techniken die Führer von Anonymous identifiziert hatte. Darunter auch 25 Lieutenants. Wir mussten dieses Dokument unbedingt sehen. Wir wollten ihn oder seine Firma nicht zerstören. Es war unglaublich einfach, in sein Netzwerk zu kommen. Anonymous ist ein Hornissennest. Und Barr sagt, da stecke ich meinen Penis rein. Durch den Hack kamen wir an 70.000 E-Mails. Die wichtigsten davon hatten mit einem Vorschlag der Firma zu tun, den sie als PowerPoint-Präsentation ausgearbeitet hatte. Ihre Idee war es, als Agent-Provokateur Wikileaks in Misskredit zu bringen. Ihre Firma schlug vor, Wikileaks gefälschte Dokumente zuzuspielen, um sie dann bei einer Veröffentlichung zu diskreditieren. Es gibt da Details, über die ich nicht reden kann. Ich werde versuchen, die Frage allgemein zu beantworten. Niemandem wird es überraschen, dass ich kein Fan von Wikileaks bin. Die Absicht, möglichst viele staatliche Geheiminformationen zu bekommen, um sie dann zu veröffentlichen, ist sehr schädlich und gefährlich. Einer der Vorschläge war ein gezielter Informationskrieg gegen Wikileaks. Sie wollten Zwietracht sehen und die die US-Angriffe durchführen. Sie planten auch Cyberattacken gegen Wikileaks, um mehr über ihre Informanten zu erfahren. Ich würde gerne mal was klarstellen. Keine dieser Aktivitäten hat jemals stattgefunden. Wenn man eine Idee entwickeln will, macht man erst mal ein Brainstorming. Man stellt sich die Frage, was theoretisch alles möglich ist. Aber es waren Ideen, die sie vorgeschlagen und in Erwägung gezogen haben. Stimmt. Ein anderer Plan war eine Kampagne gegen den regierungskritischen Journalisten Glenn Greenwald, der auch ein Unterstützer von Wikileaks ist. Sie wollten einen Journalisten angreifen. Zu Glenn Greenwald habe ich schon alles gesagt. Es bestand nie die Absicht, einen Journalisten anzugreifen. Nicht von meiner Seite aus. Ich würde niemals einen Journalisten angreifen. Es sei denn, es wäre ein Journalist, der gegen moralische Werte verstößt. Aber darüber kann man gerne öffentlich diskutieren. Moralisch war das ein sehr schmaler Pfad. Und die öffentliche Meinung fand mehrheitlich, dass sie zu weit gegangen waren. Ich werde niemals den massiven Diebstahl von Informationen und ihre Veröffentlichung befürworten, denn das ist sehr schädlich. Egal, ob Wikileaks den Diebstahl nun gefördert hat oder die Daten irgendwie auf ihrem Computer gelandet sind. Sie drohen damit, diese Informationen, die einer anderen Organisation entwendet wurden, zu veröffentlichen. Man hat zwei Möglichkeiten, es einfach hinzunehmen oder zu versuchen, es zu stoppen. Wie offensiv ist zu offensiv? Überall auf der Welt kann man beobachten, dass Regierungen öffentlich zugeben, dass für die Sicherheit im Internet Angriffsstrategien notwendig sind. Sich nur zu verteidigen reicht einfach nicht mehr aus. In der Öffentlichkeit wandelte sich das Bild der Sicherheitsfirma H.P. Gary. Aus dem Opfer wurde ein Täter. Es war immer schwerer, gut und böse zu unterscheiden. Und dann, fast wie aus dem Nichts, tauchte eine Gruppe auf, die sich Lulzak nannte. Lulzak bestand zum größten Teil aus Anonymous-Leuten, die auch H.P. Gary gehackt hatten. Sie bildeten eine kleine Gruppe, die weiter Aktionen außerhalb von Anonymous durchführte. Sie hackten und veröffentlichten alles Mögliche. So als hätten sie keine Regeln. Ihr Motto war, wir mischen den Laden auf und machen ordentlich Ärger. Und das ist ihnen gelungen. Die meisten Anonymous hatten bis dahin noch nichts Illegales gemacht. Und wenn, dann nur in einem bestimmten politischen Zusammenhang. Diese Leute fanden Lulzak zwar ganz witzig, aber ihre Aktionen waren wahllos und brachen ungeschriebene Regeln, weil sie auch Medien angriffen. Die PBS-Sendung Frontline hatte eine Doku über den Wikileaks-Informanten Bradley Manning gesendet. Seinen Unterstützern gefiel das nicht. Auf einer PBS-Webseite stellten sie eine Geschichte rein, der zufolge Tupac und Biggie aus der Celebrity-Welt entflohen waren und sich in Neuseeland zur Ruhe gesetzt hatten. Als Lulzak-PBS-Angriff lief es mir kalt den Rücken runter. Ich als Journalist finde es gar nicht witzig, wenn jemand meint, er könne meine Website blockieren, nur weil ihm nicht gefällt, was ich schreibe. Könnte ja auch mir passieren, dass ich etwas schreibe, was der Gruppe nicht gefällt. Man kann dann ja gerne drüber reden. Aber meine Website blockieren geht gar nicht. Das berührte ganz eindeutig die Meinungsfreiheit. Die Presse anzugreifen ist die falsche Richtung. Viele meinten, das kann man nicht machen. Doch Lulzak sah das anders. Der Hektivismus entwickelte sich immer mehr in eine fiese Richtung. Es gab keine Grenzen mehr, die Angriffe wurden bösartiger. Sie jagten durchs Netz und hackten sich überall ein. Bei Behörden, Unternehmen und Polizeidienststellen. Aus den gleichen Gründen wie Anonymous. In Arizona attackierten sie die Einwanderungsbehörde. Ihr 50-tägiger Amoklauf verursachte totales Chaos. Und dann war es vorbei. Die Hackergruppe Lulzak hat ihre Auflösung verkündet. Ihre Mission, Behörden und Unternehmen aus Spaß anzugreifen, sei gelungen. Diese Geschichte war die Geburt der Figur des Chaoten. Chaos kann gut, neutral oder böse sein. So wie in den Dungeons & Dragons Charakterbögen. Anonymous wurde von vielen zuerst als gutes Chaos bewertet. Durch die Payback-Aktion oder den Angriff auf Scientology. Das war wie Robin Hood. Außerhalb der Legalität, aber für das Gute. Für andere war Anonymous das böse Chaos. Wie der Joker, der die Welt brennen sehen will und irreparable Schäden anrichtet. Tatsächlich ist die ganze Bandbreite von Chaos vorhanden. Ich persönlich fand Lulzak nicht ganz so schlimm. Mich beunruhigt mehr die nächste Generation von Lulzak, die noch weiter geht und aggressiver ist. Wer Monster bekämpft, muss aufpassen, nicht selbst eins zu werden. So mächtig Lulzak und Anonymous auch wirken. Ihre Aktionen sind ein Witz im Vergleich zu viel größeren Operationen, von denen wir nichts wissen und die von den Behörden finanziert werden. 16 Personen sind heute verhaftet worden. Die Aktion des FBI zielte auf mutmaßliche Mitglieder mehrerer Hackergruppen. In New York wurden sechs Häuser durchsucht, weitere in anderen Bundesstaaten. Die Verhafteten sollen die Paypal-Seite gehackt haben, nachdem die Firma Überweisungen an Wikileaks gestoppt hatte. Die Verteidiger der Hacker sagen, es handele sich um einen zivilen Protest. Das FBI sieht die Cyberattacken als Anfang einer gefährlichen Entwicklung. Um sechs Uhr morgens stand das FBI vor meiner Tür. Ich war frustriert und wütend, denn ich hatte nichts getan, was einen FBI-Durchsuchungsbefehl rechtfertigen würde. Sie waren bewaffnet und haben die Tür eingetreten. Ich habe mich auf den Boden gelegt und keinen Widerstand geleistet. Selbst wenn der Vorwurf der Behörde zutrifft, es ist wichtig, dass die Menschen sich an dieser Entwicklung beteiligen. Wie in Selma, Alabama, wo 500 Bürgerrechtler verhinderten, dass man sich in einen Imbiss setzen konnte, in dem die Gäste nach Hautfarben getrennt wurden. Darüber werden heute Bücher geschrieben. Es ist das Gleiche, wie gegen den Krieg auf die Straße zu gehen. Das Medium ist ein anderes, aber der Akt ist der Gleiche. Bei jedem Gesetzesverstoß muss man mit Konsequenzen rechnen. Das liegt in der Natur der Sache. Alles andere wäre naiv. Die entscheidende Frage ist, ob die Bestrafung im Verhältnis zum Verbrechen stehen wird. Und das wird sie womöglich nicht. Die Leute werden sehr genau beobachten, wie diese Verfahren verlaufen. Und ob es irgendeine Möglichkeit gibt, vor allem die DDOS-Angriffe als legitime Protestform zu definieren. Viele Dinge unseres Alltags regeln wir mittlerweile über das Internet. Wir sollten also darüber nachdenken, wie das Internet auch ein Raum sein kann, in dem wir protestieren können. Im Internet gibt es viele, die für Meinungsfreiheit und gegen Korruption und staatliche Überwachung kämpfen. Werden diese Werte durch bestimmte Organisationen eingeschränkt, wehren sich die Hacktivisten. Es geht hier nicht um den technischen Vorgang des Hackens. Es geht mehr um eine Lebenseinstellung und Moral. Was bewegt uns? Viele Leute fühlen Unzufriedenheit, Entfremdung und Wut. Deshalb wollen sie die Sache selbst in die Hand nehmen. Ob man das jetzt gut findet oder schlecht, ist egal. Es wird nicht aufhören. Einem Teil von mir gefällt die Möglichkeit zur Destabilisierung und Veränderung. Auf der anderen Seite weiß ich um ihre Kraft und dass sie das Gute, aber auch das Böse verstärken kann. Wie sie geformt und kontrolliert wird, bestimmt darüber, ob sie eine Plage oder eine Wohltat sein wird. Die Strafverfolgungsbehörden sind aber mit Sicherheit nicht gut genug informiert, um damit angemessen umzugehen. Sie wollen wissen, ob ich es nochmal machen würde? Ich habe darüber nachgedacht. Ich finde, dass es richtig war. Ich war und bin der Überzeugung, dass ich richtig gehandelt habe und damit Gutes bewirken konnte. Vielleicht habe ich verhindert, dass Menschen der Sekte beigetreten sind. Das nächste Mal würde ich mich nicht selbst belasten. Nur das würde ich anders machen. Ich hätte dem FBI nicht alles erzählen sollen. Diese Kleinigkeit hat alles verändert. Ich bin wütend. Manchmal habe ich auch Zusammenbrüche und komme ganz schlecht drauf. Aber ich bin meiner Überzeugung treu geblieben. Und ich will immer noch kämpfen und mich sozial engagieren. Viele bei Anonymous haben den tiefen und ehrlichen Wunsch, zur Demokratisierung der Welt beizutragen. Das macht mich stolz auf Anonymous. Es gibt auch Dinge, auf die ich nicht stolz bin. Doch sich gegen Zensur und Unterdrückung einzusetzen, selbst in den eigenen Reihen, ist eine edle Sache. Aus der Geschichte lernt man, dass der Weg der Veränderungen nicht mit Blumen übersät ist. Wenn sie sagen, ich bin eine Kriminelle, dann bin ich eben eine. Mir ist es egal, für welche Partei jemand ist, ob er Ron Paul mag oder Tauben vergöttert. Ob er Scientologe, Katholik, Atheist oder Methodist ist, das alles ist mir egal. Aber deine Meinung ist wichtig. Der muss ich nicht zustimmen. Selbst wenn ich dich hasse. Deine Meinung ist wichtig. Die Meinung ist wichtig. Untertitelung. BR 2018